Es gibt viele Multi-Präparate auf dem Markt, aber wie findest du heraus, welches wirklich gut ist? Ich höre viele Ärzte ihren Patienten sagen, ach dieses Multivitamin-Zeugs, das ist eine Geschäftemacherei, da könnt ihr gleich drauf verzichten. Einerseits teile ich diese Meinung, weil, wenn man die Produkte ansieht, was da drin ist, vor allem wenn man es im Supermarkt kauft, dann kann ich das nachvollziehen. Sehr tiefe Dosen, die Vitamine praktisch alle synthetisch hergestellt und hier besteht ein grosser Unterschied. Ein synthetisch hergestelltes Vitamin hat nicht die gleiche Wirkung wie das Natürliche. Im Natürlichen ist Leben drin und das fehlt in einem synthetischen Produkt. Dann sind auch die Inhaltsstoffe zu tief dosiert. Von daher kann ich es nachvollziehen, diese Kritik, dass Multi-Präparate unnötig sind. Nun, wenn wir aber unsere heutigen Lebensmittel genau analysieren und das wird oft gemacht, dann sehen wir, dass die Mikronährstoffe, die für unser Leben wichtig sind, extrem abgenommen haben. Es gibt gewisse Mikronährstoffe, die sind bis zu 80% tiefer als in einem gesunden Gemüse vor 50 Jahren. Das heisst also, wir haben alle einen gewissen Mangel an lebenswichtigen Vitalstoffen. Und deswegen empfehle ich eben ein gutes Multi-Präparat. Was sind nun die Kriterien für ein gutes, das aber auch mehr kostet? Also, die Bestandteile müssen natürlich sein. Dann, es braucht alle Vitamine darin. Die fettlöslichen Vitamine A, E, D und K. Dann haben wir die wasserlöslichen Vitamine, die ganze B-Komplex mit Vollsäure und Vitamin C. Wir brauchen Mineralstoffe. Wichtig natürlich Kalzium, Magnesium, Eisen. Und wir brauchen eine ganze Ladung an Spurenelementen. Die werden in der Medizin kaum beachtet, aber die sind so wichtig. Der Körper braucht Spurenelemente. Die haben wichtige Funktionen im Stoffwechsel. Dazu gehört Jod oder Chrom oder Mangan, Kupfer, Molyptän, Selen, Zink und so weiter. Wenn diese Mikronährstoffe, diese Spurenelemente in einem Multiprodukt nicht drin sind, dann ist es nicht hochwertig. Und weiter kommt es auf sekundäre Pflanzenstoffe als Zusatzstoffe an. Auch hier ist die Auswahl gross. Wenn zum Beispiel Maka-Pulver drin ist. Maka ist eine Pflanze in Peru. Die hat grosse, anregende Wirkungen. Es ist antioxidativ. Es ist entzündungshemmend. So etwas gehört dazu, wenn zum Beispiel noch Kakaopulver darin enthalten ist. Kakao ist die Grundsubstanz für unsere Schokolade. Und wir wissen alle, dass Schokolade uns glücklich macht. Im Kakaopulver hat das Theobromin drin. Eine wichtige Substanz, die auch wieder anregend wirkt. Ähnlich wie Koffein, aber milder. Und die Neurotransmitter deswegen verbessert werden. Nun, wenn man alle diese Stoffe mischt, dann kommt ein bitteres, ungenießbares Pulver heraus. Und deswegen macht es Sinn, so ein Präparat dann auch noch mit Süßholzextrakt zu versehen. Süßholz hat eine Zuckerstärke, die ist etwa 50 Mal höher als normaler Zucker. Also das Produkt ist dann angenehm süss, um es einzunehmen. Und schliesslich, ich habe schon gesagt, es gibt fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. Fett und Wasser verträgt sich nicht. Hier brauchen wir einen Emulgator. Und hier eignet sich Lecithin. Und das bedeutet, dass es eben eine Emulsion gibt, wo beides zusammenkommt und dann alles vom Darm besser aufgenommen wird. Also ich persönlich empfehle häufig meinen Patienten ein gutes Multivitaminpräparat. Es kostet etwas. Es ist natürlich. Wichtig ist auch, dass die Menge der einzelnen Vitalstoffe bis an die Grenze der von den Behörden zugelassenen Dosen geht. Dann haben wir etwas Wertvolles, das unserem Körper hilft, gesund zu bleiben. Nochmals zusammengefasst. Ein gutes Multivitaminpräparat enthält möglichst viele verschiedene Mikronährstoffe, also breit gefächert. Sie sind hoch dosiert und sie sind natürlich.